Hallo Fahrradfreunde, ich bin der Stefan und ich präsentiere euch heute für Radfahren.de das Bartavus Komodo. Das Komodo ist ein klassisch niederländisches Stadtrad mit einem tiefen Einstieg. Was uns gut gefällt, sind die komfortablen Griffe, die recht straff sind, aber trotzdem einen tollen Halt bieten. Ebenfalls komfortabel ist der gut gepolsterte Sitz mit einer Federsattelstütze, die in unserem Testrad allerdings ein klein wenig Spiel hat. Bartavus verbaut an dem Komodo einen Gatesriemen und eine 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano, die per Rapid Fire geschaltet wird. Das ganze System ist extrem wartungsarm. Abgerundet wird das Komfortpaket durch eine gut ansprechende Federgabel mit 45 mm Federweg. Ein besonderes Augenmerk verdient die Visi Frontleuchte, dazu gibt es ein extra Video von uns, den Link findet ihr unten in den Kommentaren. In den Niederlanden Standard und natürlich auch bei uns ein tolles Feature ist das Rahmenschloss. Apropos Sicherheit, die Scheibenbremsen, die an einem Stadtrad auch nicht unbedingt Standard sind, packen hervorragend zu, das hat uns sehr gut gefallen. Eine Bartavus Eigenentwicklung ist der abklappbare Mittelständer, auch dazu gibt es ein zusätzliches Video, auch da findet ihr den Link unten in den Kommentaren. Nicht zuletzt für ein Stadtrad wichtig ist ein ordentlicher Gepäckträger, hier haben wir eine Federklappe und sogar Expander. Kurz zusammengefasst, das Bartavus Komodo kostet 1299 Euro, es bietet sehr viel Komfort, viel Sicherheit, einen wartungsfreien Antrieb und das ist uns ein sehr gut Wert. Außerdem vergeben wir für das Rad einen Kauftipp. Mehr zum Rad findet ihr in unserem großen Stadtradtest, aktuell in der Ausgabe 7.8.2020 der Aktivradfahren.